Ich war als Regisseur in Italien einmal. Ich habe in Trieste eine schöne Inszenierung gemacht und ich habe gleich mich verliebt in dieses Land und muss ich sagen, dass ich überhaupt nicht bis heute verstehe, warum die Italiener so schön leben. Und wenn ich in Melide war vor einem Jahr, ich habe dieses Gefühl wieder genommen, weil diese Natur dort, diese See und einfach, wie kann ich sagen, einfach Dolce Vita um mich herum überall war großartig. Alle Zuschauer werden sehr, sehr zufrieden, weil unsere Inszenierung spricht über die Liebe, über unser Leben. Wir werden unsere Titanic nicht nur italienisch spielen, aber auch deutsch. Und ich finde es einfach schön, wenn durch die Musik können einfach die Leute verstehen, was einfach in unserem Leben wichtig ist. Und jede Sprache ist schön, und die italienische Sprache hat eine schöne Würzeln bei der Musik und die deutsche Sprache hat eine schöne Logik.